so ihr seht schon oben links der neue high score ist jetzt 9.721 also ich bin nicht mehr so weit weg von den 10k aber es wird natürlich immer schwieriger denkt dran wenn ihr mitmachen wollt gerne auf twitch vorbeischauen kart 86 grüße genauso an meli sie kriegt ja komischerweise nie irgendwelche benachrichtungen und in dem sinne würde ich sagen bis gleich